Kurt Gerren war ein deutscher Schauspieler, Sänger und Regisseur. Er wurde als Jude von den Nationalsozialisten verfolgt, interniert und ermordet. Leben, Jugend und Teilnahme am Ersten Weltkrieg Gerren war das einzige Kind des wohlhabenden jüdischen Kaufmannes Max Gerson und dessen Ehefrau Toni Geb. Riese. Geboren wurde er in der elterlichen Wohnung in der Cuxhavener Straße 4 im Berliner Hansaviertel. Nachdem er mit 17 Jahren das Abitur abgelegt hatte, wollte er Medizin studieren, musste jedoch stattdessen zunächst als Frontsoldat in den Ersten Weltkrieg ziehen. Durch eine schwere Verletzung wurde er kampfuntauglich und konnte nun sein Studium beginnen, das aber verkürzt wurde, damit man ihn wiederum in den Krieg schicken konnte, diesmal als Lazarettarzt. Die Anfänge, Theater, Stummfilm, Kabarett Nachdem er während seiner Militärzeit im Ersten Weltkrieg mehrfach verwundet worden war und später seine Arbeit als Arzt aufgegeben hatte, wandte er sich 1920 der Schauspielerei zu. Ohne einen speziellen Unterricht genossen zu haben, debütierte er in dem kleinen Kabarett, wo ihn Trude Hesterberg entdeckte. Zur Eröffnung der wilden Bühne stand Gern neben Berthold Brecht, Joachim Ringelnatz und Walter Mehring auf dem Programm. Von 1920 bis 1925 war er unter anderem an den Berliner Reinhardt-Bühnen engagiert. Daneben trat er in Revüen und Kabaretts auf. Der Kritiker Pemm charakterisierte den Kabarettisten 1926 wie folgt, er schießt Sätze. Die Worte peitschen. Der Rhythmus reißt mit, lässt keinen Widerstand zu. Ihm sitzt die Hetze, das Tempo im Nacken. Unbarmherzig fallen die Ferse, geißeln die Zeit. Ihre Schwäche, ihre Halbheiten, ihre Gleichgültigkeit. Gar nicht sentimental. Messerscharf und eiskalt zeigt er den Menschen in seiner Kleinheit und Brutalität. Man kommt nicht zur Besinnung. Unterliegt glatt der Werwe der Attacke. Seit den frühen 1920er Jahren war Gern auch in Nebenrollen im Stummfilm zu sehen. Durch seine Kriegsverletzung, die eine physiologische Erkrankung nach sich zog, litt er an zunehmendem Übergewicht. Seine dadurch massige und äußerlich grotesk wirkende körperliche Erscheinung trug maßgeblich dazu bei, dass er zu seinem Leidwesen nur für undurchsichtige oder fragwürdige Charaktere besetzt wurde. Ab 1926 führte Gern zusätzlich Regie und setzte sich ab 1931 auch im Tonfilm durch. Berühmtheit erlangte er durch seine Darstellungen und Gesangsvorträge in der 1928 sensationell erfolgreich uraufgeführten Dreigroschenoper von Bert Brecht und Kurt Weil. Er spielte darin den Schausteller, der die Moritat von Mackie Messer vortrug, sowie die Rolle des Londoner Polizeichefs, Tiger Braun. Große Erfolge. Der Tonfilm Gerns heute wohl bekannteste Rolle ist die des Zauberkünstlers Kiepert in Josef von Sternbergs Der blaue Engel zusammen mit Marlene Dietrich. Außerdem wirkte er auch in der Filmoperette Die drei von der Tankstelle, die für den noch unbekannten Heinz Rühmann den Durchbruch im Filmgeschäft bedeutete. Gute Kritiken erhielt Gern auch als Regisseur beliebter Filme wie Es wird schon wieder besser mit Heinz Rühmann oder Der weiße Dämon mit Hans Albers. Nachdem die Nationalsozialisten an die Macht gekommen waren, wurde Gern gezwungen, seine Regiearbeit an dem Uferfilm Kind, Ich freu mich auf dein Kommen aufzugeben. Bis 1933 hatte er in 60 Filmen mitgewirkt. Flucht und Exil mit seiner Frau Olga Geb. Meier und seinen Eltern Max und Mali Gern floh er 1933 nach der nationalsozialistischen Machtergreifung nach Paris, von da über Österreich und Italien nach Amsterdam. Nach der Besetzung der Niederlande spielte Gern noch eine Weile an der hollandsche Schauberg, die nun »Jotsche Schauberg« hieß, bis das gesamte Ensemble in das KZ Theresienstadt deportiert wurde. 1943 wurden Gern und seine Familie in das niederländische Durchgangslager Westerbork deportiert, Ende Februar 1944 dann ebenfalls nach Theresienstadt. Gerns Freunde Peter Lorre und Marlene Dietrich hatten noch versucht, ihn rechtzeitig nach Hollywood zu holen. Doch Gern lehnte ab, wohl, weil ihm die deutsche Sprache zum Arbeiten notwendiges Handwerkzeug war. Möglicherweise hoffte er auch auf einen Umschwung in Deutschland, wie viele der Juden, die nicht weiter als in die benachbarten Niederlande emigrierten. Theresienstadt und Auschwitz in Theresienstadt erkannte ein SS-Mann Gern, der in dem NS-Propagandafilm »Der ewige Jude« als Beispiel für einen »minderwertigen Juden« vorgeführt worden war, und schlug den ihm agglos entgegentretenden brutal zusammen. Später agierte Gern auf der Bühne des von ihm gegründeten Ghetto-Kabaretts »Karussell«. Im August 1944 wurde Gern von der SS gezwungen, den vorgeblich dokumentarischen Film »Theresienstadt«, ein Dokumentarfilm aus dem jüdischen Siedlungsgebiet, unter Aufsicht des Lagerkommandanten Karl Rahm zu inszenieren. Dieser Film wurde auch unter dem Titel »Der Führer schenkt den Juden eine Stadt« bekannt. Einige Überlebende kreideten Gern seine Mitwirkung an diesem Propagandafilm an, andere, vor allem diejenigen, die er durch Besetzung für den Film vor der Deportation nach Auschwitz zu retten suchte, zeigten Verständnis für seine Pseudokollaboration. Gern selbst scheint geglaubt zu haben, dass ihn einzig seine Theater- und Filmkompetenz und seine bereitwillige Mitwirkung an diesem Film davor bewahren könnte, von den Nazis ermordet zu werden. Nach Abschluss der Filmarbeiten wurden Kurt Gern und die meisten prominenten Mitwirkenden im Oktober 1944 nach Auschwitz transportiert und in der Gaskammer ermordet, auch fast alle Kinder, die in diesem Film vorkommen.